Es ist soweit. Am Freitagnachmittag, 30. Juni 2023, ging die digitale Rentenübersicht online. Um was geht's? Grob gesagt, grob kann man sagen, gibt es bei der Renteninformation jetzt den digitalen Überblick. Über die digitale Rentenübersicht sollen sich alle anzeigen lassen können, wie die aktuelle Altersvorsorge aussieht. Also, wie die eigene, individuelle Altersvorsorge aussieht. Die Vorbereitungen für diese digitale Rentenübersicht laufen bereits seit Anfang 2021. Nun, zwei Jahre später, gut zwei Jahre später, ist es soweit. Bürgerinnen und Bürger können ihre Renteninformationen nun gesammelt auf einen Blick abrufen. Dieses neue Online-Portal finden Sie unter www.rentenübersicht.de. Was finden Sie in diesem Portal? Nun, die Ansprüche, die Versprechen, die für dieses Portal hervorgerufen wurden, sind vollmundig. Und zwar sollen alle Anbieter von gesetzlichen und privaten Altersvorsorgen sich beteiligen. Bedeutet, Betriebsrenten, Riester und Rürup-Renten und natürlich auch die gesetzliche Rentenversicherung. All die sollen beteiligt sein. Sie können sich über dieses Portal dann anzeigen lassen, was die garantierte Altersvorsorge oder vielmehr wie hoch die garantierte Altersvorsorge ist, die Sie sich bis jetzt erarbeitet haben. Aber auch die voraussichtliche Altersvorsorge, wenn Sie so weiterarbeiten oder einzahlen wie bisher. Ebenfalls soll in diesem Portal angezeigt werden, wie es sich im schlechtesten, aber auch im besten Fall verhält. Also schlechtesten bzw. besten Fall im Hinblick auf die Entwicklung von Zinsen und so weiter. Das sind dann natürlich nur Schätzungen. Die Beträge, die Sie in diesem Portal angezeigt bekommen, beziehen sich immer auf das gesetzliche Renteneintrittsalter. Planen Sie früher in Rente zu gehen, haben Sie zumindest Stand heute den Wermutstropfen, dass das Portal Ihnen zunächst nicht ausrechnet, mit welchen Einbußen Sie rechnen müssen. Wie registrieren Sie sich auf diesem Portal? Nun, Sie gehen auf die Seite www.rentenübersicht.de, Rentenübersicht mit UE. Dazu müssen Sie sich mit Ihrem Personalausweis dann identifizieren. Wichtig, bei Ihrem Ausweis muss die Online-Funktion aktiviert sein. Außerdem benötigen Sie die Ausweis-App 2 auf Ihrem Smartphone. Sind Sie registriert, können Sie Ihre Daten abrufen. Die Informationen vom Betreiber dieses Portals lauten bisher. Also Betreiber ist im Übrigen die deutsche Rentenversicherung. Also die Informationen lauten bisher, das kann innerhalb von ein paar Minuten klappen. Also der Datenabruf kann innerhalb von ein paar Minuten klappen. Aber es kann auch einige Tage dauern, je nachdem natürlich wie schnell die Anbieter Ihrer Altersvorsorge die Daten liefern. An dieser Stelle schon, ich werde mich auch bei diesem Portal registrieren. Und in einem der nächsten Videos zeige ich Ihnen dann den Registrierungsprozess. Sprich, ich zeige Ihnen, wie man die Online-Funktion auf dem Personalausweis aktiviert. Denn das können Sie grundsätzlich beim Abholen Ihres Ausweises beim Einwohnermeldeamt tun. Das ist natürlich die optimale Ausgangssituation. Ich zum Beispiel habe diese bei mir nicht aktiviert, aber insofern optimal, um Ihnen das zu zeigen. Worst-Case-Szenario. In dem Video zeige ich Ihnen dementsprechend auf, wie Sie nachträglich die Online-Funktion auf Ihrem Personalausweis aktivieren können. Zeige Ihnen, wie Sie sich dann mit der Ausweis-App auf dem Smartphone anmelden und sich für die digitale Rentenübersicht dann registrieren. An der Stelle schon, ich bin mal gespannt, ob das problemlos funktioniert oder wo die Hürden dann mal wieder lauern. Ich bin, was diese Geschichte angeht, erstmal vorsichtig optimistisch, aber freuen Sie sich schon auf eins der nächsten Videos. Da lasse ich Sie dann live daran teilhaben. Ansonsten war es das für dieses Video gerne. Sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Ciao. Bis zum nächsten Mal.